Erdnüsse, die voller gesunder Fette und hochwertiger Proteine sind, kommen auf unsere Tische, indem sie viele nützliche Bestandteile des Bodens sammeln. Jeden Tag wird ein neuer Vorteil dieses Nährstoffs entdeckt, der seit der Antike einen sehr wichtigen Platz für die menschliche Gesundheit einnimmt. Erdnuss, die mit ihrem hohen Gehalt an Verbindungen für viele Beschwerden von Herzgesundheit bis Diabetes gut ist, kann viele Stoffwechselprobleme behandeln, wenn sie zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge konsumiert wird. Was sind die Vorteile des Erdnusskonsums? Wie, wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können diesen Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des Verzehrs einer Handvoll Erdnüsse pro Tag? Dieser Nährstoff ist eine gute Quelle für gesunde Fette, die die Herzgesundheit schützen. Ölsäure hilft zusammen mit Omega-3, den schlechten Cholesterinspiegel zu senken und gleichzeitig den guten Cholesterinspiegel im Körper zu fördern. Vitamin E und Flavonoide darin reduzieren Entzündungen im Körper. Viele Mineralstoffe wie Mangan, Kalium und Kupfer, die auch für dein Herz sehr wichtig sind, sind reichlich in Erdnüssen enthalten. Diese Substanzen reduzieren die Spannung in den Gefäßen, indem sie die Herzkreislauffunktionen unterstützen. Es übernimmt sehr wichtige Aufgaben beim Ausgleich des Blutdrucks, indem es den Gefäßen ermöglicht, sich zu entspannen. Gleichzeitig schützen die Ballaststoffe und Polysaccharide in Erdnüssen die Darmflora und erleichtern die Verdauung. Es unterstützt die aktive Funktion des Verdauungssystems. Es hilft, Schwellungen im Magen und Darm zu lindern. Die darin enthaltenen gesunden Öle ernähren die nützlichen Bakterien im Verdauungssystem und verbessern alle Darmfunktionen. Mit seinem hohen Folsäuregehalt verhindert es die Vermehrung schädlicher Säuren im Magen. Es beugt Magenproblemen wie Gastritis und Magengeschwüren vor. Andererseits ist es sehr reich an Fettsäuren, die wichtige Funktionen haben, wie den Zuckerhaushalt im Blut auszugleichen und die Art und Weise, wie er vom Körper verwendet wird, zu steuern. Dank der Fettsäuren und antioxidativen Substanzen in Erdnüssen reduzieren sie das Risiko des Glykationsbildungsprozesses. Es sorgt für eine langsame Zuckeraufnahme und beugt Blutzuckerschwankungen vor. Es dauert ungefähr sieben bis acht Stunden, um eine Handvoll Erdnüsse vollständig zu verdauen. Während dieser Zeit wird es langsam an unser Blut abgegeben, verlängert den Sättigungsprozess und verlangsamt unseren Zucker. Darüber hinaus erhöht es die Geschwindigkeit des Grundstoffwechsels, indem es das Muskelgewebe mit den darin enthaltenen hochwertigen Proteinen schützt. Eine Handvoll Erdnüsse für eine gesündere Gehirnstruktur. Dieses Lebensmittel enthält Niacin, das die Durchblutung des Gehirns erhöht und auch starke antioxidative Fähigkeiten hat. Auf diese Weise bekämpft es Depressionen, die durch niedrige Serotonin und Epinephrin-Spiegel verursacht werden. Durch das enthaltene Tryptophan entspannt es den Körper und wirkt sich positiv auf Schlaflosigkeit aus. Gleichzeitig erhöhen Erdnüsse, die sehr starke Verbindungen wie Calcium, Kalium, Eisen, Mangan, Zink und Magnesium enthalten, die Widerstandskraft unseres Körpers, indem sie die Immunaktivitäten erleichtern. Die darin enthaltenen gesunden Fette helfen beim Aufbau der Zellstruktur. Das enthaltene Eisen spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung gesunder und starker Knochen. Besonders das darin enthaltene Calcium- und Kupfermineral lindert Gelenkschmerzen. Diese Fähigkeiten helfen, Knochengewebe zu erhalten. Haben Erdnüsse also solche vorteilhaften Nebenwirkungen? Zu allererst enthalten gesalzene, geröstete und soße Erdnusssorten, die auf Märkten und Ständen verkauft werden, diese Vorteile. Der Verzehr dieser Sorten wird nicht empfohlen. Darüber hinaus können Erdnüsse, die aufgrund der enthaltenen hochwertigen Fette und Proteine nicht sehr kalorienarm sind, in hohen Mengen zu Gewichtsproblemen führen. Wenn andererseits Erdnüsse, die positive Aktivitäten für unsere gesamte Verdauungsgesundheit haben, in kurzer Zeit zu viel konsumiert werden, dringen sie mehr als nötig in das Verdauungssystem ein und können aufgrund ihres geringen Wassergehalts Beschwerden im Darm verursachen. Wie viel sollten Erdnüsse konsumiert werden? Experten empfehlen, eine halbe Handvoll Erdnüsse für zwei bis drei Tage oder in der Nähe ihres natürlichen Zustands zu konsumieren. Angesichts dieser Informationen können sie ihrer Ernährung Erdnüsse hinzufügen und von ihren langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie informiert!